Ganz herzlich Willkommen zu einem der Aktionär-TV-Experten-Interview. Wir blicken auf die Banken und Finanzbranche jetzt mit Fabian Stribin. Schön, dass du da bist. Hi Marco, gerne. Ja, die Credit Suisse, die stand vor allem im Fokus in dieser Woche. Schon vergangenes Wochenende gab es ja so Gerüchte, Spekulationen, dass eine Bank von der Pleite bedroht sein könnte. Es wurden Lehman Brothers Szenarien aufgeworfen. Wie schlecht, sag ich jetzt mal, steht es denn wirklich um die Credit Suisse? Ja, wie schon von dir angesprochen, es geht auch viel um die sozialen Medien, glaube ich, in diesem Zusammenhang, weil solche Gerüchte dort natürlich viel schneller hochkochen und mehr Menschen erreichen, gerade am Wochenende als jetzt vielleicht früher, natürlich auch über das Internet. Die Credit Suisse war negativ auch ja schon in den letzten Jahren in den Schlagzeilen. Wir erinnern uns an dieses Hedgefonds-Debakel Archegos, auch in den USA, wo viele Banken irgendwo betroffen waren, als der Hedgefonds dann überraschend kollabierte. Den größten Schaden mit mehreren Milliarden hatte aber eben die Credit Suisse. Und es gab noch andere kleinere Fälle, wo man einfach sagen muss, man hat scheinbar die eigenen Risiken, die man eingegangen ist, falsch eingeschätzt. Und dann am Ende musste man Verluste hinnehmen. Das vergangene Jahr hat dann eben auch einen Milliardenverlust gebracht, unter anderem durch diese Hedgefonds-Pleite bei der Credit Suisse. Und auch das erste Halbjahr, da wurden jetzt schon fast zwei Milliarden Euro verbrannt. Und die meisten anderen Banken stehen ja dann doch relativ gut da, trotz Corona-Pandemie und jetzt auch sich abzeichnender wirtschaftlicher Probleme. In Europa bei der Konjunktur haben die meisten Banken eben doch wieder gute Gewinne gemacht in der Eurozone und die Credit Suisse eben nicht. Wir sehen auch, dass der Aktienkurs hier seit Anfang des Jahres 60 Prozent verloren hat. Und man hat jetzt eben im Juli den Vorstandschef ausgetauscht. Ulrich Körner ist jetzt am Ruder. Das hat aber eben auch nicht zu einer Beruhigung geführt. Die Eigenkapitalausstattung liegt im Mittelfeld der europäischen Banken. Also die ist völlig in Ordnung. Das hat jetzt auch die Bank in den letzten Tagen immer wieder kommuniziert. Und man muss jetzt eben hart an einer neuen Strategie arbeiten, die Ende des Monats, Ende Oktober mit den Zahlen zum dritten Quartal präsentiert werden soll. Es steht im Raum, dass man für den strategischen Umbau, also die Investmentbank, dann schrumpfen und die Vermögensverwaltung eben ausbauen. Das haben andere Großbanken in den letzten Jahren auch gemacht. Neues Geld braucht natürlich. Man könnte hier irgendwo sparen oder eben durch einen Verkauf von Teilen der Investmentbank versuchen, das Geld zu bekommen. Aber es steht eben auch im Raum, was für Aktionäre dann noch schmerzhafter wäre, eine Eigenkapitalerhöhung durchzuführen. Mehrere Milliarden, vier bis sechs Milliarden Euro könnten dazu gebraucht werden nach Expertenschätzungen. Das würde natürlich den Kurs noch weiter verwässern. Und das ist auf diesem Niveau, denke ich, auch wirklich schwierig, das hier durchzuziehen. Die Aktie war bei uns jetzt keine laufende Empfehlung. Man sollte weiterhin die Finger davon lassen. Aber dass wir jetzt irgendwie auf eine Lehman-Pleite-Krise zusteuern bei dieser Bank hier, das ist, denke ich, nach dem, was man jetzt weiß über die Verfassung der Bank, dann doch eher unwahrscheinlich. Wenn es so wäre, würde das so ein ähnliches Szenario wie 2088 ziehen können? Ja, tatsächlich ist es eine der größten Banken weltweit. Und die Banken sind ja über vielfältige Geschäfte miteinander verbunden. Und das ist eben genau die Verwundbarkeit in diesem Sektor. Aber man hat ja regulatorisch viel gelernt, viel Lernen daraus gezogen. Und dass jetzt eine Großbank, in diesem Fall hier aus der Schweiz auch noch, dass man die einfach pleite gehen lässt, auch von Seiten des Schweizer Staates, ist es, denke ich, fast ausgeschlossen. Also dieses Risiko würde man, denke ich, nicht mehr eingehen. Okay. Und du sagst ja auch, da geht es nicht gut, haben viele Herausforderungen. Aber die Pleite steht jetzt hier nicht unmittelbar bevor. Wissensstand jetzt. Na gut, wir schauen auf die Commerzbank. Auch die hat tatsächlich Probleme mit der polnischen Tochter M-Bank. Die war ja immer so ein Musterbeispiel oder Muster-Schüler. Aber jetzt läuft es nicht mehr so gut. Wie sehr belastet das auch die Commerzbank? Ja, die Commerzbank ist eben der größte, also der Mehrheitseigner der M-Bank, die in Polen tätig ist. Und sie war eben früher immer ein Vorbild, weil sie genau das war, wo die Commerzbank eben hin wollte. Digital, effizient, profitabel. Und die Commerzbank hat seit der Finanzkrise ja schon immer wieder Sanierungsprogramme aufgelegt, die dann ins Leere irgendwo liefen. Aktuell bei dem laufenden Programm sieht es ganz gut aus, denke ich. Es soll noch bis 2024 eben laufen. Aber jetzt kommt ja immer mehr Störfeuer von der konjunkturellen Seite eben mit einem Wirtschaftseinbruch in Deutschland, der jetzt, denke ich, auch vor der Tür steht im vierten Quartal spätestens. Und die M-Bank hat eben immer stabile Erträge geliefert als Bestandteil des Konzerns. Und hier ist aber eben diese Franken-Kredit-Problematik, die wir schon mal angesprochen hatten, jetzt immer mehr hochgekocht. Und es hatten eben in den letzten Jahren viele Häuslebauer in Polen, in Schweizer Franken, ihre Kredite aufgenommen, weil die Zinsen dort viel günstiger waren als in Polen. Allerdings hat sich der Wechselkurs dann zu ihren Ungunsten entwickelt. Und die polnische Regierung, die den Finanzsektor generell sehr hart reguliert, die hat jetzt dann eben die Banken mehr oder weniger dazu gezwungen, dass man diesen Kreditnehmern hilft, dass die Kredite teilweise gestundet werden, sie bessere Konditionen bekommen. Und für die M-Bank ist das eben eine große Belastung. Man hat jetzt schon seit letztem Jahr immer mehr Geld zurückgelegt für den Fall, dass man hier Kreditnehmern eben bessere Konditionen bieten muss oder dass auch dort Kredite ausfallen. Das hat jetzt mit der aktuellen Situation eben nichts zu tun von der Konjunkturseite, sondern es geht hauptsächlich um diese in Franken vergebenen Hypotheken-Kredite. Und jetzt musste eben vor knapp zehn Tagen nochmal ein Betrag von mehreren hundert Millionen Euro zurückgestellt werden. Das belastet natürlich auch die Commerzbank und könnte eben dazu führen, dass die M-Bank an sich in diesem Jahr einen Verlust aufweist. Die Commerzbank hat aber vom Managementseite her betont, dass man eben trotzdem an dem Jahresziel von einem Netto-Given von mehr als einer Milliarde festhält. Und ich denke, das ist schon ein sehr starkes Zeichen in der aktuellen Situation, wo wir auf der anderen Seite eigentlich erwarten müssten, dass die Kreditausfälle auch bei der Commerzbank steigen. Aufgrund der hohen Inflation jetzt, wir wissen, viele Unternehmen sind am Limit. Aber dort gibt es jetzt noch keine Meldungen, dass es zu einem deutlichen Anstieg gekommen wäre. Und ich denke, spätestens am 9. November, wenn die Zahlen zum dritten Quartal präsentiert werden, wird es auch hier ein Update geben. Die Aktie ist ja eine laufende Empfehlung. Jetzt eben wieder über der 200-Tage-Linie hier abgeprallt zuletzt. Wir hatten schon länger darüber gesprochen. Wir haben auf der einen Seite diese steigenden Zinsen durch die Zinswende. Da ist die Commerzbank einer der größten Profiteure. Auf der anderen Seite jetzt eben die vor der Tür stehende Rezession. Also diese beiden Punkte werden die Aktie, denke ich, immer wieder nach oben und nach unten ziehen. Deswegen würde ich sagen, ist die Commerzbank-Aktie aktuell eine Halteposition. Der Stopp ist bei 5,50 Euro. Und bevor sich jetzt der Chart nicht aufhält oder es positive News gibt, wie es eben aussieht mit drohenden Kreditausfällen, sollte man jetzt hier, glaube ich, auch nicht unbedingt neu einsteigen. Ja, die Zinserhöhungen sind so ein bisschen zweischneidiges Schwert, auch für die nächste Bank, die wir hier sehen, die Deutsche Bank. Wie kommt man da momentan klar? Ja, wir sehen es am Kurs. Der hat dann doch auch wieder deutlich nachgegeben. Eben auch hauptsächlich wegen dieser konjunkturellen Entwicklung, die sich ja immer mehr zuspitzt. Auf der anderen Seite ist trotz Vorstandswechsel bei der Tochter DWS, die ähnlich wie die M-Bank bei der Commerzbank für die Deutsche Bank in den letzten Jahren ein wichtiger Ertragsbringer war, ja immer noch nicht jetzt raus, ob es zu einer Strafe kommt wegen dieser Greenwashing-Affäre, die ja seit letztem Sommer im Raum steht. Das belastet natürlich immer noch. Die Deutsche Bank wird so oder so jetzt den größten Teil ihres Umbaus Ende des Jahres abschließen. Auch dort diese Eigenkapitalziele mit einer Rendite von 8 Prozent, ist jetzt die Frage, ob das noch zu erreichen ist und auch das Kostenziel wurde ja mehrfach revidiert. Auf der anderen Seite für das dritte Quartal, was jetzt eben am 28. Oktober, glaube ich, präsentiert wird, erwarten die Analysten einen deutlich höheren Gewinn, zumindest vor Steuern, als im vergangenen Jahr. Und auch in der Investmentbank läuft es, denke ich, noch relativ gut in dieser Sparte. Aber auch hier, der Chart lädt jetzt eben nicht zu einem Neueinstieg ein. Und die Situation ist ähnlich wie bei der Commerzbank, dass es jetzt auch vor allem eine Rolle spielt, wie es in Deutschland und Europa wirtschaftlich weitergeht. Gut, und wenn wir es weiter beobachten, schauen wir heute noch auf den letzten Wert JP Morgan. RBC belässt den Wert auf Outperform, Kostil 130 Dollar. Wie schätzt der Aktionär, wie schätzt du momentan JP Morgan ein? Ja, viele haben jetzt die Hoffnung, dass es zu einer positiven Überraschung kommt. Auch hier stehen die Quartalszahlen an. Traditionell sind die amerikanischen Unternehmen und auch die Banken ja eben vor den Deutschen dran. Also heute in einer Woche, am Freitag, dem 14. Oktober, wird JP Morgan die Quartalszahlen präsentieren. Erwartet wird aber auch, dass der Gewinn deutlich zurückgeht. Ich glaube, je Aktie von knapp 3,70 Euro im Vorjahresquartal jetzt eben auf rund Dollar, 3 Dollar, 70 auf 3 Dollar jetzt. Also doch schon ein herber Rückgang, weil vor allem eben das Geschäft im M&A-Bereich ja seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges gar nicht mehr läuft. Wir sehen auch, dass die Aktie hier komplett abgeschmiert ist, obwohl man ja hätte erwarten können, bei den steigenden Zinsen in den USA als größte Bank des Landes, dass JP Morgan davon profitiert. Aber scheinbar hat doch dann die Sorge vor einer Rezession überwogen. In den USA sieht es ja da trotzdem noch etwas besser aus als in Europa oder Deutschland. Natürlich mehren sich dort auch die Warner und die Zeichen, die vor einem Abschwung warnen. Aber die US-Banken und auch JP Morgan haben auch deutlich mehr Geld für mögliche Kreditausfälle schon im zweiten Quartal zurückgelegt. Und deswegen könnte es sein, dass es hier eine Überraschung nächste Woche vielleicht gibt mit den Zahlen, dass es doch besser aussieht. Aber auch hier vor den Zahlen jetzt noch zugreifen würde ich allenfalls Mutigen empfehlen. Die Aktie ist mit einem Stopp von 90 Euro trotz allem noch eine laufende Empfehlung. Aber wie gesagt, oder gilt glaube ich generell für den Bankensektor eher nur etwas für spekulativ orientierte Anleger. Wir werden natürlich nach den Zahlen wieder drauf blicken. Und auf deraktionär.de gibt es natürlich auch dann kurz danach auf jeden Fall ein Update dazu. Dankeschön für heute, Fabian. Gerne. Danke auch euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017